Die Mannschafts-Ausbildung Das Interview auf Al Jazeera Mit der Nummer 1 steht er bei uns im Kasten Hinter ihm die gelbe Wand kann sich auf ihn verlassen Seit über 10 Jahren beweist er seine Klasse Beide ist kein Torwart, beide ist ne Waffe Wenn er weiß, er kommt nicht an, guckt er ihn weg Er guckt ihn weg Wo andere Torhüter beim Torschuss resignieren Bleibt beide stehen, er muss die Bälle nicht farieren Denn Roman Beidenfeller lacht, guckt sie weg Beide kämpfen noch die Zeit von Nerven und Mats Seitdem werden alle Bälle aus dem Winkel gekratzt Fragt Beidenfeller, wo hat der Frosch die Locken? Er sagt, es geht und wird er bei den Elfer von Robben Schwarz-Gelbe Fahnen, Ballspielverein Beide bleibt stehen, der Ball geht nicht ran Wenn er weiß, er kommt nicht ran, guckt er ihn weg Er guckt ihn weg Er guckt ihn weg Er guckt ihn weg Er guckt ihn weg Und Beidenfeller pariert, Megamöglichkeit Kommen von uns an Beidenfeller hat ihn Beidenfeller hat ihn Und er hält ihn fest Dreimal den Klassenzahl von drei Minuten Beidenfeller sensationell Beidenfeller Weidenfeller Weidenfeller muss sich lang machen Roman Weidenfeller Russjahn-Dortnitz Weidenfeller-Milliarden Und wieder Weidenfeller Überragend Jogi Löw Hingucken Weidenfeller spielt seit Jahren in einer eigenen Liga Löff ruft ihn nicht an, doch da steht er drüber Auch ohne Adler auf der Brust Er guckt ihn weg Er guckt ihn weg Er guckt ihn weg Er guckt ihn weg Wo andere Torhüter beim Torschuss resignieren Bleibt beide stehen, er muss die Bälle nicht variieren Denn Roman Weidenfeller lacht Guckt ihn weg Wo andere Torhüter beim Torschuss resignieren Bleibt beide stehen, er muss die Bälle nicht variieren Denn Roman Weidenfeller lacht Weidenfeller lacht Weinfeller la Weidenfeller lacht Weidenfeller lacht Weinfellalala, er guckt sie weg. Weinfellalala, er guckt sie weg.